Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Immer wieder werde ich in der Beichte mit dem Thema Lüge konfrontiert. Da wird von großen und kleinen Lügen gesprochen, vom Hintertürchen oder der Notlüge. Was ist eigentlich das Schlimme daran? Ich denke, dass es darum geht, dass wir zu uns selbst stehen müssen, auch mit unseren Fehlern und Schwächen vor Gott, vor uns selbst und vor den anderen. Im Kolosserbrief sagt Paulus, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Die biblische Vertreibung aus dem Paradies gründet in einer Lüge. Diese ganze Geschichte um Adam und Eva, die Frucht und die Schlange, all das ist eine Lüge. Und darum haben sie das verwehrt bekommen, was Gott eigentlich für sie will. Und das ist der alte Mensch. Paulus sagt uns, wir sind doch in der Taufe zu neuen Menschen geworden, unserem Schöpfer noch ähnlicher, durch ihn begnadet. Ja, auch mit unseren Fehlern behaftet, dürfen wir auf Gott vertrauen. Und darum dürfen wir auch zu unseren Fehlern stehen, so gravierend sie vielleicht auch manchmal sein mögen, so sehr wir uns manchmal vielleicht für sie schämen. Doch wir dürfen dazu stehen, weil wir neue Menschen sind. Und ich glaube, wenn wir da den Rücken gerade machen, nicht nur vor Gott und vor uns, sondern auch vor den anderen, dann können wir wirklich erhobenen Hauptes als Christinnen und Christen vorbildlich durch unsere Zeit gehen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, in der Taufe hast du uns zu neuen Menschen gemacht. Du hast uns dich selber angezogen. Du bist das Kleid, das uns umfängt. Wir dürfen zu uns stehen, so wie du zu uns stehst, mit all dem Guten, was uns ausmacht, aber auch mit unseren Fehlern und Schwächen. Hilf uns, in dir einen festen Stand zu haben und aus dir unser Leben so gut es geht zu bestreiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Amen.